Moin und herzlich willkommen zurück bei MrWissen, heute mit 20 Fakten über das Element, das wir alle zum Leben brauchen, nämlich das Wasser. Fakt Nummer 1. Der menschliche Körper besteht zu 50 bis 65 Prozent aus Wasser. Fakt Nummer 2. Ein Liter Wasser wiegt ein Kilogramm und ein Kubikmeter Wasser wiegt eine Tonne. Fakt Nummer 3. Die Erde ist zu 70,9 Prozent mit Wasser bedeckt. Fakt Nummer 4. 97 Prozent des Wassers auf der Erde sind Salzwasser. Nur 0,3 Prozent sind Trinkwasser. Der Rest befindet sich in Gletschern. Fakt Nummer 5. In der Atmosphäre ist mehr Wasser als in sämtlichen Flüssen auf der Erde. Fakt Nummer 6. 1,8 Milliarden Menschen weltweit müssen Wasser trinken, das verschmutzt ist. Fakt Nummer 7. Jeder Europäer verbraucht im Schnitt 190 Liter Wasser pro Tag. Jeder US-Amerikaner doppelt so viel. Jeder Bewohner von Afrika südlich der Sahara verbraucht 8 bis 19 Liter pro Tag. Fakt Nummer 8. 10 Liter Wasser sind nötig, um ein Blatt Papier herzustellen. 100 Liter, um ein Kilo Kunststoff herzustellen. Und 10.000 Liter, um einen Jeans herzustellen. Fakt Nummer 9. In Entwicklungsländern liegt die Aufgabe des Wasserholens bei den Mättern. Im Durchschnitt verbringen sie 25 Prozent ihres Tages mit dieser Aufgabe. Fakt Nummer 10. Frauen und Kinder in Südafrika legen alle zusammengenommen täglich eine Strecke vom 32 Mal von der Erde zum Mond zurück, um Trinkwasser zu holen. An dieser Stelle möchte ich das heutige Video aber auch schon beenden. In einer Woche kommt dann Teil 2 der 20 Fakten über das Wasser. Aber wir sehen uns bereits schon am Montag wieder, nämlich zu Teil 5 der MrWissen Comedy Special Serie. Abonniere also meinen Kanal, dass du kein Video mehr verpasst. Folge mir auch auf Instagram, dort poste ich täglich neue Facts. Und außerdem würde ich mich über ein Like unter diesem Video freuen, falls es dir gefallen hat. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020